O.F.A.D. T-Shop 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 Holz Fulser Fiber noch Stein. So. Jetzt fliegen wir mal wieder zur Baustelle. Vielleicht hat die Yuna ja schonmal ein Fest mal zubereitet. Oh sie ist weg. Ah ne doch nicht. So hab ein bisschen was mitgebracht. Ups. Okay. So eine Holzwände bauen. Okay. So. 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 Das Holz ist schnell weg. Hm. Ah Setch brauche ich auch jetzt wieder. Okay. Ein bisschen Setch. Okay. Jetzt haben wir einige Holzwände wieder. Da oben ist die Yuna. Okay. Vielleicht von oben kann man da jetzt bauen oder? Von oben nach unten bauen. Mal die Yuna runterschubsen. Haha. Nein. Okay. Haha. 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 Ich hab doch Geist. Ah. Komm ich gar nicht ran. Dahinter. Hinlegen. Ah. Ich komm dahinter nicht ran. Hinter der. Hier vorne ja. Aber dahinter nicht. nicht. Nee. Zu tief noch. Das eine ist zu tief. Da muss ich einmal nochmal von unten. Geh ich mal runter? da. So. Ja. So. Ja. Ich hab jetzt hier den Scheiß gebaut. Nein. Ich hab ich da gemacht. Ah fuck. ah jetzt komme ich da gar nicht hoch ne erstmal was essen ich hab miss gebaut die steile sind hier neu oder komm ich da jetzt überhaupt da wieder hin habe eben versucht einen anderen weg da hoch zu finden aber es war keine gute idee bin ich hier noch komme ich gar nicht mehr raus ich bin ganz unten in der arena gelandet ich habe gedacht ich könnte irgendwie anders von der anderen seite hoch kommen aber dann bin ich eher nach unten gekommen es regnet das und es dunkel ich bin da hier irgendwo bei den bäumen komme ich da gar genau hier dankeschön so lieber hier ist der einzig wahre weg hier der hier nach oben führt anderer weg geht leider nicht selbst der ist nicht so einfach ich werde ihre fluglinie weiter empfehlen so sind die schon alle wieder leer die ganzen so holz das holz das geht hier echt schnell weg in hans war ja kein holz mehr in hermann wenigstens auch nicht muss jetzt noch mal wieder rüber war aber hermann muss auch glaube ich für das was essen der hat nicht mehr so viel fleisch intus so bin ich jetzt drauf oder bin ich jetzt nicht drauf ich sehe was hier so dumm will aber ich sollte mir meine fackel kraften habe ich überhaupt kann ich gar nicht okay na gut dann müssen wir nochmal fliegen so hm so hm äh drumholz das war zu viel müsst das könnte ich noch nein nein ach genau für dings ferns brauche ich noch fleisch gleich mal gucken dass wir hier noch fleisch mitnehmen hier ist kein fleisch da haben wir noch fleisch das reichen damit der hermann nicht verhungert meine ich vielleicht braucht der hans ja auch noch fleisch weiß ich jetzt nicht die erstmal hermann so fleisch fleisch und Okay. Lona braucht dein Dein Vogel auch was zu essen Fleisch Okay Na Da Da Hm? Hä? Okay, komm ich da jetzt nicht rauf. War doch hier. Hm? Dann flieg ich halt nach oben. Ich seh das gerade nicht, wo da denn nochmal der richtige Weg war. Hm, soo. Okay, soo. Dann bauen wir eigentlich noch so einen Boden, ne? Hab ich aber gar nicht. Oh doch. Ähm. Nein. Hm. Hm, Mist. Aber dass das Holz immer so schnell leer geht. Das ist nicht schön. Ja, es gibt gar nichts mehr da. Hm. 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 Wie geht das eigentlich noch? 20 Minuten eigentlich. Naja. Äh, weiß nicht. Irgendwie. Lohnt sich das ja auch nicht weiter zu machen. Jetzt gerade ohne Holz und so. Und dann machen wir das vielleicht nächstes Mal, ne? Juna. Und so alleine jetzt. Das macht ja auch nicht so Spaß. Hm. Ich hätte jetzt noch höchstens 20 Minuten Zeit. Und deswegen. Können wir das vielleicht doch lieber beim nächsten Mal. Wiedermachen, ne? Was sagst du, Juna? Ah, ich bin jetzt hier so hoch gekommen. Na, machen wir denn das nächste Mal weiter, ne? Fliegen wir jetzt nochmal zurück. Ja, ich meine nur hier, ähm. Die Arena an sich ist ja schon fertig. Nur ich dachte hier, dass man hier die, dass man hier so hoch kann halt, ne? Ja, Schnickschnack ist schön. Man muss doch die Details, ne? Die Details, die... Ne, man braucht ja auch ein Projekt. Und ein bisschen will ich ja auch in dieser Welt was erschaffen. Weißt du? Und dann, äh... Dachte ich hier, weil man hier oben lang läuft, kann man dann hier so lang halt. Und dann kann man eine schöne Tribüne, will ich hier irgendwie aus Glas so machen. Aber ich lauf mal, ist so dunkel. Muss ich aufpassen, wohin ich lauf. Dass man das hier schön ausbaut noch, weißt du? Natürlich gibt es Zuschauer. Haha. Dann setzen wir halt hier irgendwelche Tiere hin, die dann zuschauen. Haha. Ja, für alle Leute. Alle Leute, die hier mal vorbeikommen. Einfach so... Ähm... Vielleicht waren hier mal... Man kann ja so tun, als ob hier früher mal ganz viele Menschen gab. Und die haben halt... Die wurden nach und nach aufgefressen. Naja, egal. Ja. Achso, wenn du shattest, dann ist sogar eine... Sprechblase über deinen Charakter zu sehen. Cool. Naja, gut. Jedenfalls, dann fliegen wir mal zurück. Dann... Ähm... Ja, aber ich kann jetzt schon mal hier die auf... Ja, oder ne. Fliegen wir erstmal zurück. Wo fliegt die Juna hin? Ah, ok. Zu dem Lichtstrahl. Ein Lichtstrahl. Wollen wir mal gucken was da Lizz... 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 ... Die Sterre an den Weißen sind immer diese ganz einfachen Sachen drin, ne? Wo ist der denn? Ist der jetzt oben oder unten? Da oben, ne? Da kommt man gar nicht ran, weil das irgendwie glaube ich im Gebäude ist. Na egal. So. Ach, achso. Ja, schade dass Juna nicht im Chat, ähm, im Teamspeak ist gerade, sondern nur im Chat. Was liegt denn hier? Hä? Hier ist ein toter Vogel. Was ist denn hier passiert? Hast du gerade jemanden getötet? Wie war der denn hier? Achso. Wie kam der denn jetzt hier rein? Ist der hier gelandet? Böse, böse, böse Vogel. Okay. Ja. Ja. Ja, ich muss aber auch echt was essen. Das nämlich auch schon, weil ich nichts vergessen habe. Wäre ich auch müde. So. Na gut, dann werde ich mal hier die Aufnahme jetzt beenden. Schönen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Haben ein bisschen was geschafft. Und dann sehen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es wieder heißt, let's play together mit Juna und dem Inselgamer und so. Also, bis demnächst. Tschüssi Kowski. Tschüssi? Puisse! Preg экst budgets. Pregament! 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 Anfehery 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 Perige Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020